Fast zwei Wochen hat es jetzt gedauert, bis das Ganze an der Wand war. Es war viel Schweiß und Tränen und Arbeit für unseren Künstler, definitiv. Und Dennis, wir sind gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja die ganze Zeit schon gesehen, aber wir haben es ja die ganze Zeit nur so von... Ja, von so gesehen. Ja genau, von so oder wo wir direkt davor gestanden haben. Aber wir haben ja so viel Platz hier in dem Laden, dass wir halt auch einfach wissen wollen, wie es dann komplett aussieht. Und ich würde sagen, das gucken wir uns dann jetzt an. Also wenn du von hier stehst und dir das anguckst, ist schon krass. Komm, wir gehen mal hin und gucken uns das mal im Detail an, wie ich mal so sage. Komm, wir gehen mal hin und gucken uns das mal. Guck uns das mal im Detail an, wie ich mal so sage. Ah, das ist schon krass. Alter. Also ich finde, wenn man das jetzt noch ein bisschen so sieht, wie es jetzt hier in der kompletten Total ist. Ich weiß gar nicht, was... Also ich finde es atemberaubend. Das ist mega. Ich bin halt irgendwie auch extrem geflasht, ehrlich gesagt, von der ganzen Sache. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir wollen halt einfach Graffiti haben mit Pokémon, was halt cool aussehen soll. Und dass wir jetzt das haben, ist halt schon extrem, extrem. Vor allem wirkt es jetzt nochmal ganz anders ohne diese ganze Kackfühle hier im Detail. Weil du einfach, weil du jetzt einfach die Tiefe im Raum hast, ne? Und wenn du wirklich dann einfach da stehst und dir dieses Graffiti anguckst... Ich meine, wir können ja mal, wir können ja mal erzählen. Du hast doch das Ganze konzipiert. Das war doch ja... Konzipiert habe ich das nicht, das war der Künstler. Aber wir haben uns ja zusammen ausgesucht, welche Mons wir haben wollen. Mhm. Und das ist jetzt raus geworden. Also... Ich meine, der eine oder andere hat es ja schon gesehen, dass wir hier ein bisschen uns inspiriert haben an ein paar Karten. Zum Beispiel das wunderschöne Golgantes, was wir hier... Alternative Art, was wir hier stehen haben. Was halt wirklich die alternative Artwork von Drachenwandel einfach ist. Wir haben... Das Full Art Aquana... Äh, Aquana... Das Full Art Flammara... Aus Drachenwandel. Wir haben die V-Max Alternative Aquana aus den... Special Boxen. Aus den Boxen, die niemand bekommt, ne? Wir haben einen Bolteball aus... Pokowiki. Hey, warte, das hat ein Easter Egg. Ein Easter Egg, ja. Was ist das Easter Egg? Sollen wir es erzählen oder sonst? Das war die... Das müsst ihr entdecken, wenn ihr in den Laden reinkommt. Genau. Ich meine, wir zeigen es euch natürlich jetzt hier. Aber ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn ihr das jetzt im Video sehen, das wird niemals so krass wirken, wie es halt wirklich in echt ist. Ja, Mann. Weil es ist schon echt cool. Ähm... Wo kommt das Helleby her? Ähm... Könnt ihr mal zu jedem... Die Background Story. Das ist ein Full Art. Das ist Fusion Art. Schauriger. Oder Schauriger. 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 Ansonsten haben wir hier... Find ich auch noch... Das Gorgantus hat auch noch ein Easter Egg. Das erzählen wir jetzt nicht direkt, würde ich mal so sagen. Ähm... Was ist das für ein tolles Logo? Wenn es... Ich kann leider kein Japanisch. Das heißt Pokémon. Das heißt Pokémon. Auf Japanisch. Tatsächlich. Ja. Der Rest. Glitzer Kammen. Oder Rare aus. Ich weiß nicht was. Ähm... Tut mir leid. Drapfeln. Full Art aus. Kampstile. Kampstile. Das ist tatsächlich wirklich... Kampstile. Wir haben halt wirklich... Ihr habt es ja vielleicht gesehen schon im ersten Video. Wir standen halt wirklich da. Haben uns Karten angeguckt. Haben uns teilweise Bulk angeguckt. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Mortipod da. Weil das war halt im Bulk. Und ich finde tatsächlich... Boah, das ist richtig cool. Einfach... Da reinpasst. Und... Und natürlich... Es darf natürlich nicht fehlen... Ich habe meinen Homie auf jeden Fall auch am Start. Und das für Begato natürlich. Also das ist auch eine Rare. Aber ich habe keine Ahnung, aus welchem Set es ist. Tatsächlich auch einfach eine Rare. Haben wir halt gesehen, dass es einfach cool aussieht. Und haben dann gesagt... Perfekt. Bibo. Von wo kommt das Bibo? Schreibt es in die Kommentare. Ganz wichtig. Ja. Nice. Also ich bin echt... Ich weiß nicht, ob man unsere Freunde so richtig gerade merkt. Ich glaube nicht. Aber es ist einfach nur geil. Ich meine, die Ladende Öffnung steht halt jetzt kurz bevor. Es ist halt so viel zu tun und zu machen und Arbeit. Und dass jetzt halt wirklich dieser Part jetzt einfach wirklich der Eyecatcher vom Laden fertig ist. Ist halt schon sehr verrückt. Marcel. Gefällt es dir auch. Also was ist denn das Resümee? Du hast gesagt, der Auftrag war... Übrigens, das ist der gute Marcel. Haben wir natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Du hast Insta, ne? Ja. Du hast gesagt, es sind zwei Bekloppte, zwei Freaks auf dich zugekommen. Eigentlich war er ja nicht. Ja. Ja, hallo. Hier ist Dennis. Wahlst du... Du machst doch Graffiti. Ja. So irgendwie kam der Anruf zustande. Ja. Ich war ein bisschen... Genau. Und irgendwie ging es um Pokémons und ich habe mir noch gedacht, oh Gottchen, was soll das denn jetzt werden? Na ja, dann bin ich hierher gefahren und habe eure Wand gesehen. Beziehungsweise vorher hast du mir Fotos geschickt, ne? Genau, ich habe erst Fotos geschickt. Da waren noch die Fenster hier drin und so und dann habt ihr mir erklärt, was ihr hier so ungefähr haben wollt und dann dachte ich, ich bin ganz schlau und gehe einfach mal auf die japanischen Internetseiten und habe mir dort halt Fotos angeschaut von so, ich sag jetzt mal Wimmelbildern, also verschiedene Pokémons, die irgendwie in einem großen Haufen zu sehen sind. Und habe irgendwie so ein bisschen angefangen, was zusammen zu schustern und habe dann eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass das alles gar keinen Sinn macht, weil es irgendwie nicht das wieder gibt oder irgendwie fehlt dem halt was. Und dann habe ich euch angerufen und dann sind wir nochmal zusammen gegangen und haben, ich glaube in einer knappen Stunde, Karten sortiert und uns Sachen angeschaut und dann kam hier der Golgantis irgendwie dabei raus als ziemlich abgefahrene Figur. Dann habt ihr mir erklärt, dass hier Flamara, Aquarana und Blitzer irgendwie zusammen gehören und dass das dann auch Sinn macht, dass man die alle drei irgendwie zeigt. Dann haben wir uns noch ein paar Sachen angeschaut, die halt irgendwie von der Perspektive her von der einen Seite ins Bild kommen und von der anderen Seite ins Bild kommen. Und somit hatten wir irgendwie diese, ich glaube 14 Figuren sind es jetzt, 14 Pokémons. Ja, haben uns aufgeeinigt, dass das die Motive sein sollen und dann habe ich das Ganze irgendwie zusammengeschustert und ihr wart ziemlich schnell damit einverstanden. Gut war, dass ihr euch habt überzeugen lassen, dass wir hier diese Fenster noch zukitten, weil hier sind Platten verbaut. Kennt ihr ja doch aus den Videos, da waren die Sachen für mich ja die Fenster. Genau, weil die würden das komplette Bild nochmal zerreißen. Wenn du nochmal rumschwenkst, dann sieht man ja auch die Türen, die beiden, die jetzt mehr oder weniger in diesem ganzen Ding hier verschwinden. Ja, irgendwie acht Tage Arbeit. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber ich hoffe, es hat dir natürlich trotzdem Spaß gemacht. Ja, war eine coole Nummer auf jeden Fall. Ihr seid ja zwei sympathische Typen, die hier sich ihren Hobby-Traum quasi verwirklichen. Und wünsche euch dafür viel Erfolg, was ihr dir so auf die Beine stellt und mit dem Laden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wird cool. Gucken wir mal, was die Herrschaften, die Kunden ja irgendwie nächste Woche sagen. Ja. Leute, wenn ihr irgendwas gegen das Graffiti sagt, dann gibt es Hausverboten. Direkt. So, jetzt machen wir die Tür auf. Achtung. Hallo. Hallo. Alter, das sieht auf der Kamera so krass aus, ne? Das sieht so krass aus, wenn du hier reingehst und einfach direkt das siehst. Weißt du, wir haben ja gesagt eigentlich, wir wollten ja hier irgendwie so einen Eikretscher oder so hinmachen, aber das ist halt ein Scheiß gegen das. Du musst das nochmal machen. Warum? Ach, du scheiße. Scheiße. Achso. Dennis, wer hat da gepusht? Ich. Hast du gepusht? Ja, ich habe nochmal ein bisschen Blau übergelegt. Was ist dein Statement, Feedback? Ich bin begeistert. Hammer. Ihr kennt ja Marcel, der kann seine Begeisterung nicht zeigen. Das stimmt, das stimmt. Aber er ist wirklich... Ich freue mich. Ich freue mich. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit schon im Lager darüber, dass der Laden ja jetzt endlich auch macht und was weiß ich, ne? Nicht? Schade. Ich frag mich direkt mal, ob ich jemanden grüßen will. Okay, Marcel, möchtest du noch jemanden grüßen? Oh, schön, dass du fragst. Ja. Ich fremd auch mal. Na klar, ich grüße noch meinen Sohn Emil. Da würde ich sagen, Leute, das war das Video dann zum Graffiti. Ich habe einfach gedacht, wir machen einfach wirklich ein komplettes Video nur zum Graffiti. Habt ihr einen Update-Laden-Vlog? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal, dass ich vielleicht für nächste Woche noch einen vorbereite, weil nächste Woche ist ja dann auch schon direkt die Eröffnung, beziehungsweise 13. oder 14. Da haben wir ja gesagt, gibt's mir Tickets? Guck mal unten in die Beschreibung. Vielleicht gibt's da noch welche und dann könnt ihr dabei sein. Ansonsten haben wir ab dem 16. für alle auf. Das heißt, ab dem 16.5. könnt ihr alle einfach vorbeikommen. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten guckt auf jeden Fall auch beim guten Marcel vorbei, der das Ganze für uns hier an die Wand gesprüht hat. Also der hat wirklich super Arbeit gesagt. Seine Webseite, Insta ist unten in der Beschreibung verlinkt. Der ist dein Geld auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, hoffentlich dann natürlich auch im Laden. Wir freuen uns sehr auf euch. Zeit. Ja, hallo. Ja.